Cool, eine Hütte. Super, die ist bestimmt abgeschlossen. Nein, die ist offen. Cool, hier bleiben wir über Nacht. Übernacht? Klar, was dachtest du denn? Ja, aber heute gibt es doch Pfannkuchen und da wollt ihr hier übernachten? Ja, das wollen wir. So ist das eben in der Fremde. Ja, mögt ihr denn keine Pfannkuchen? Normal schon, aber jetzt ist alles anders. Stimmt, Lukas? Genau, jetzt ist alles anders. Wir kommen nämlich nie mehr nach Hause. Nie mehr? Nie mehr. Darf denn dein Zimmer wohnen? Von mir aus aber wehe, du rührst die Fußballsachen an. Kein Stress, tschüss.